Abtrünniger Agent in der Nähe. Erlaubt, das ist gleich weg. Abtrünnigkeitsprotokoll wird eingeleitet. Erlaubt, ich bin in den Ablauf. Abtrünnigkeitsprotokoll beaktiviert. Ich bin hier oben. Zeit zu vertreiben. Richtig spart macht das Spiel nicht mehr. Soll langweilig. Keine Challenge mehr. Komplett kaputt gemacht. Gemacht für Noobs. Und für Flaschen. Jetzt. So wie es jetzt ist. Gemacht für Flaschen. Die nichts können. Die nicht aimen können. Ja. Die mit dem Joystick nicht von links nach rechts bewegen können. So Leute ist das jetzt gemacht so. Damit wir auch nicht, äh, nach links oder rechts aimen müssen oder so. und selbst gerade aimen, das schatten die nicht mehr, das kriegen die nicht mehr richtig hin. Was machen die? Gar nicht. Hm. Kein Männer. Nur noch Flaschen unterwegs, Alter. Ich mache ja alleine Männer, ey. Kriegen es einfach nicht gebacken. Das macht doch die ganzen Spieler kaputt. Dass sie das nicht checken, Alter. Das macht doch das ganze Spielkönnen, den ganzen Spielfluss, das AIM alles, bewegen. Das macht doch alles kaputt. Das brauchst du doch alles gar nicht mal machen bei dem Spiel. Das haben die alles rausgenommen. Das komplette Taktik, ja, die komplette Taktik von diesem Spiel haben die komplett rausgenommen. Das ist komplett alles weg. Weil, warum? Weil es hat keine Wirkung mehr, ja. Durch die Waffe. Die macht das mit dir, die schockt dich, ja. Wenn du Dings aufgebaut hast, kannst du das alles umgehen, ja. Richtiges, äh, richtige Noobwaffe, Harry Potter Style. Ist so. Das ist die Wahrheit. Das denken die besten Spieler über dieses Spiel. Die spielen das ja nicht mehr, die geht immer alle bei Call of Duty und so. Kann man auch verstehen, ja, natürlich. Ja. Welcher normaler Mensch macht das mit, ey. Das ist echt eine Beleidigung, dass das. Massive, die, die kann man in die Tonne kloppen, ey. Das ist echt, das ist... Ihr seid so jämmerlich seid ihr, Massive. Echt. Ihr seid die peinlichsten Entwickler überhaupt, ey. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Vielen Dank.